Kultur vor Kids Willkommen beim Podcast Kultur vor Kids. Bei uns gibt es Kultur für Kinderohren. Spiel und Spaß zum Mitsingen, Tanzen und Basteln. Mit mir, Sophie, für Kinder von 0 bis 6. Und ich bin der Robert und ich mache den Podcast für Kinder ab 6. Und Kultur zum Mitmachen. Wir haben auch an die Erwachsenen gedacht und bringen interessante Tipps und Infos rund um Kreativitätsförderung für Kinder. Warum ist denn Kreativität so wichtig, Frau Landeshauptfrau Mikkel-Leitner? Weil Kreativität die Grundlage ist für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben unserer Kinder. Und deswegen auch dieser Podcast. Viel Spaß dabei. Kultur vor Kids Kultur vor Kids Untertitelung des ZDF, 2020